Yo Freunde was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird das mal nicht ein typisches Standardvideo in Köln. Nein, wir fahren mit meinem Bruder Abdi nach... FFM. FFM, Schluss in der Emberne. Leute, wir sind zur Shisha-Messe in Frankfurt eingeladen worden. Wir dachten uns, komm, dann gehen wir sofort in die City. Und wir filmen das Ganze mit. Wir machen so einen Vlog. Und ja, ihr seht schon Leute, ich bin hier in Tanktop und Short. Der Junge ist im Pulli. Wir sind auf jeden Fall komplett verschieden. Wir sind heute leider nicht mit dem Audi unterwegs. Wer mich auf Snap verfolgt. Hier nochmal mein Snapchat. Ich habe leider einen Platten gehabt. Und das Lustige ist, Abdi. Einen Tag vorher am Donnerstag poste ich ein Bild mit meinem Audi. Was passiert am nächsten Tag? Leute, macht ein Auge. Sofort einen Platten. Ich habe hier das nochmal kurz verfilmt vor der Straße. Hier Leute, zeige ich euch mal. Einfach der Audi-Platt. Oh Gott weiß, wie das passiert ist. Aber naja. Ja, was ihr gerade gesehen habt, Leute. Wir waren Platten. Ich muss auf jeden Fall, also mein Bruder, der wechselt alle vier Reifen heute. Deswegen schaffen wir das nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall hier eine, ich sag mal, Ersatzwagen. Das ist so eine Corsa. Ganz nice, Diesel, sparsam. Augskabel ist da, alles ist da. Ich würde immer sagen, wir labern jetzt nicht all so viel rum. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir nehmen euch überall hin mit, Leute. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dann treffen wir den Antoine eigentlich? Bestimmt, oder nicht? Wenn er da ist, dann kriegt er einen Backpfeil. Okay, Leute. Wir waren jetzt auf den Weg. Viel Spaß mit dem Vlog. Daumen hoch. Nicht vergessen, abonnieren. Glocke aktiv. Peace, Freunde. So, Freunde. Wir sind jetzt hier vor der Messe angekommen. Wir haben gerade geparkt. Wir müssen auf jeden Fall dringend auf die Toilette. Wir haben zu Ferit Pool getrunken. Ähm, ja. Wir haben uns eben noch hinten im Kofferraum umgezogen. Wir gehen jetzt erstmal da rein und dann sehen wir uns gleich, Freunde. uns. Mach Handy auf. Das erste, was man sieht. Ja bitte, wir brauchen abonnieren, Alter. Genau das ist. Was geht, was geht? Was geht? Wir sind ja beim Mika hier am Straßen. Augeilereinsatz. Was, YouTuber. Ich bin U-Porter. Erststens... Du darfst mich eh raus steigen, ich weiß das? Aber Scheißpaar. Nein. Doch, warum? Das ist ja geil. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt raus und raus. Komm, wir gehen jetzt raus. Oh, mit Tilo. Schön, Schöpchen hier. Einmal nicht drauf. Ey, Leute, komm, komm, komm! Warte, weiter, Bruder, ey! Oh, Alter! Weiter, 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 weiter! Komm, hier, komm mal hin! Billiger, 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 Billiger! Hier! Alle herkommen! Alle herkommen! Ja! Allwa, 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 die da! Alle, alle, alle! Wenn die Kamera auch bei euch kommt! Leute, wir sind gerade in Frankfurt auf der Messe! Es ist total langweilig! Zeig uns das mal! Hey! Wee, alle, alle! Oh, er muss das mal wieder herkommen! Ach so, warte! Dude, hör doch auf, wei! Aua! Und hier, hammer! Heee, her! Heee! Oh, hier! Alles voll einfach! Oh, hier! Oh, hier, meine Mario! Oh, mein Gott, komm! Ich hätte es zu gleich! Hey, du kannst dich mal anders. Du kannst dich mal anders. So, 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 so. Hey! Das hast du gefunden. Best Comedy! Leute, wir haben gerade den Stand von 1 a 7 gefunden. Wir sind auch gerade eben hier angetroffen. Wir haben Kippes, Bones, McDonalds, Kraft. Alle da am Hängen. Was hast du gedacht? Was hast du gedacht? Jo, Freunde, die Messe ist auf jeden Fall jetzt um. War ein richtiger Wirbel da. Ey, das war so heftig, ne, Alter. Ich kann nicht mehr auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier im Hotel angekommen. Wir werden uns erst mal fresh machen. Wir werden jetzt erst mal duschen. Oder, Abdi? Natürlich, was denkst du denn? Dann zeigst du deinen Rücken, ja? Ich bin der Mann, ich kann nicht mehr. Was war denn los? YouTuber Zahnschutzgang. Wenn sie haben, kann ja Rücken. Aiwa! Gucchi Gang, Gucchi Gang, Gucchi Gang. Mal wieder so, aber nicht. Gucchi Gang, Gucchi Gang, Gucchi Gang. Okay, Leute, wir sind hier im Hotel mit 24 Männern. Wir spielen gleich Fußball, 11 gegen 11. Ich gehe jetzt duschen. Wir machen uns hier erst mal fresh. Und dann geht's up in the city. So eine Zeit. Auf jeden Fall ein Müffel, Alter. Den ganzen Tag seit heute Morgen unterwegs. Ich muss auf jeden Fall kalt duschen. Ich muss einmal klarkommen, meine Augentropfen nehmen. Nein, Spaß, Alter. So, wir sind angekommen hier. In Zeil. An der berühmten Straße hier. Jede Ecke passiert hier eine Action. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ein bisschen essen. Ja, Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt hier zur Konstablerabendwache gelatscht. Wir haben sehr, sehr Hunger. Wir haben jetzt mittlerweile 9 Uhr. Wir haben seit morgens nix gegessen. Wir spüren unseren Körper gar nicht. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier beim Doi Doi. Wir laden uns auf jeden Fall full. Ich komme an. Ich komme in den Laden. Wir werden full. Ich gucke so. Da Eiwash. Da so einer mit haben. Bestimmt recht, Mann. So, aber nicht schlecht, weißt du. Am Kopf vom Tisch. Am Kopf vom Tisch. Arafat so mit Zahnstocher am Mund. Ehrlich Zeitung. Trinkt was, isst. Dann steht mir Paris auf. Und sagt mir. Du zahlst. Ich schaue niemals. Kollege. Heute zahlst du. Sag mal, bist du leer, ja? Ruhig, 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 ruhig. Wir sind auf Attacke hier, Alter. Ja, Freunde. Wir sind auf jeden Fall gerade hier in der Shisha-Bar. Gleichzeitig, ich lade gerade mein Video hier hoch. Was zum Morgen, also heute, ein paar Stunden, Sonntag online kommen wird. Auf jeden Fall. Wir sind hier in der Shisha-Bar mit den Jungs. Leute, kommt vorbei, meine Shisha-Bar in FFM Frankfurt. Das ist mein Cousin, gell, ja? Leute, kommt vorbei, ihr seid alle hier eingeladen. Wir haben da vorne so einen Teich mit Fischen drin. Das ist eine Fütze, ist doch kein Teich. Das ist eine Fütze. Leute, Tisch 57 nicht vergessen. Wir waren hier, wir hinterlassen Spuren. Eiwa. Ey, mach mal Kohle hier. Leute, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen komisch hier mit Alufolie. Die haben davor Brötchen angewickelt, Alter. Die haben Mittagspause gehabt, haben Brötchen gegessen mit Eiern, und dann haben die hier drauf gemacht, ganz schnell. Ey, was mit dir? Wach mal auf, ey, du pennst den ganzen Tag, du Pisser. Ey, was mit dir? Reg mich nicht auf, ey. Jetzt kriegst du einen Backpfeil. Wach mal auf, wir müssen spazieren, wir müssen deinen Blog trainen. Was mit dir? Ey, hau mal auf jetzt, Alter. Was laberst du, ey? Du Pisser, ey. Peter, ich weiß nicht, wer das war, ey. Der regt mich aber auch auf. Du Pisser, ey. Ja, was glaubt, Freunde? Auf jeden Fall, wir sind gerade aufgestanden, also, beziehungsweise ich. Die anderen sind schon, guck mal, die sind schon ready. Die wollen gerade das Hotel verlassen. Der andere hier, der kam noch von unten. Die warten gerade alle auf mich. Ja, ihr würdet jetzt langsam auch aufstehen. Wir hatten eine sehr anstrengende Nacht. Wir haben Korn geschlafen. Und dann geht's wieder ab zur Messe. Heute ist der zweite Teil. Ja, wir wurden eingelangt von meinem Bruder beim Mai-Tabak-Stand. Wir werden auf jeden Fall gleich da sein. Werden wieder ein bisschen dort filmen. Werden auf jeden Fall Leute Action machen und weiß ich nicht. Auf Krawall hinaus, ja. Auf jeden Fall, Leute, bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende. Verpasst nichts und ich würd mal sagen, wir sehen uns gleich beim Frühstück. Peace. Ja, Freunde. Wir sind heute wieder auf der Messe. In der Messe, auf der Messe. Wir haben heute Sonntag. Das ist der letzte Tag. Wir kommen beim Schi-Tabak-Stand. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Mai-Tabak-Stand. Wir werden da ein bisschen Action machen. Er ist auf jeden Fall gespannt. Oh, die hat Pizza. Wollen wir die mal kurz silbern? Mach Pizza klar. Hallo? Entschuldigung? Nicht so ein Stück, aber nicht so ein Stück. Sorry, ich verstehe nicht. Ich will dich essen. 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 Hatte sie gesagt, ey, ich will dich? Leute, wir sind auf jeden Fall wieder hier in der Messe drin. Ja, es ist sehr viel los heute. Aber ich denke mal, es wird später noch voller. Wir sind ein bisschen am Spazieren. Gleich geht's wieder ab zu meiner Messe. Also da, wo ich die ganze Zeit bin. Zu meinem Stand. Warum sag ich die ganze Zeit? Dann geht's ab zu meinem Stand. Und dann sehen wir uns später, Freunde. Guckt euch mal bitte mit den Leuten, mit denen ich abhänge. Was für Menschen das sind. Guckt mal bitte, der mit Sonnenbrille hier drin. So richtig aus wie Jamaika. So richtig. Ich hab hier 5 Euro im Stück. Das war tatsächlich eigentlich Scheine. Aber die gehen auch eigentlich. Hier. Komm. Wir müssen hier nur reinstecken. Wir brauchen noch mal rein da jetzt. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Noch rein. Wir verarschen gerade die Leute, als würden das ein Star wäre. Das ist ein Kollege von uns. Thousands. Und die monde feiern. Ich hab hier noch. Und die Leute V ... ja. Aber wir reden jetzt doch noch mal. Eins. Zwei. F importanteetInnen. Deutsche Fast, Peace, 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 Mexico, Peace, Peace. Ja, 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 ja. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Ihr habt wahrscheinlich gerade diesen Ausnahmezustand gesehen. Er ist mal krass, ne? Ich bin voll geschwitzt hier. Auf jeden Fall, Leute. Was kann ich noch kurz zu MyTabak sagen? Also, was ich euch mitgeben möchte. Ich rauche selber nicht viel Shisha, aber wenn ich rauche, dann MyTabak ist der Killer. Ihr habt 40 Aromen. Von diesen 40 Aromen könnt ihr selbst eure Tabakgotten mischen. Bis zu 2 Millionen Mischungen ergeben die. Ihr könnt auf die Tabakdose eigenen Namen hinschreiben, eigenen Namen kreieren. Richtig Killer. Ihr könnt euer Name schreiben, ihr könnt Yavid vorschreiben, was immer. Hier, auf 40 sehen wir irgendeine Dame. Ich kenne sie nicht, oder? Nein. Welche Marke können Sie mir empfehlen? Ich würde mal sagen, Lemon Chilf. Das ist das beste. Marke, Marke. Ach, Marke? Weil Tabak nicht zugegeben. Kennen wir uns? Ja. Nein. Was? Nein. Achso, nein. Wir kennen uns nicht. Ja. Meitabak? Genau. King. Ja. Yo, Freunde. Wir fahren gerade nach Hause. Wir sind so am Arsch. Gib euch mal bitte meine Augen. Ich kann nicht mehr zwei Tage ohne Schlaf. Wir haben vergessen eben noch zu vloggen. Ich war vollkommen weg. Wir sind in den Stadt gefahren, haben was gegessen. Dann sofort nach Hause. Wir sind jetzt fast zu Hause. Wir sind am Arsch. Leute, das war's im Grunde genommen von unserem FFM-Vlog. Ja. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen, Leute. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Wenn ihr mehr solche Vlogs sehen wollt, wenn wir mal in andere Städte fahren, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Immer Daumen hoch geben, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid. Immer supporten. Ihr wisst, wie der Shit läuft. Ja. Das war's von mir. Ich geh jetzt weiter ein Nickerchen machen. Wir sind gleich zu Hause. Ich werd mal sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.